weil persönlich finde ich die ein stückchen zu stark in manchen fällen die polizei ist sowieso ein stückchen zu stark und die setzt sich vor dich und geht einmal auf das hospital und dann stehen die schon bei null und du kannst sie nicht mehr wegschieben du kannst mit 300 sachen kommen und die bewegen sich kein stück also fühlt sich das an ich habe es noch nicht ausprobiert aber ich vermute dass es selbst so ist manchmal ist es wirklich ein witz